Meine Freunde, mein Name ist Heike Mundt, wir sind hier im Papagalenpark in Bochens und jetzt gerade mal wieder in Plastien. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil Thea macht gerade wieder Thea, 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 Thea. Nicht ausnutzen, weil wir hier gerade ein Gezugvideo drehen. Nein! Kein Mist machen, lass es. Es sind ja Ferien in NRW und überall auch, woanders auch. Das heißt, es sind viele Leute unterwegs, viele sind im Urlaub, aber auch viele haben es vielleicht nicht geschafft. Oder sind schon wieder zurück und überlegen noch, wo man noch mal so lieben könnte. Ja, kommt doch zu uns. Das ist doch ganz einfach. Wir haben hier das Café, es ist jetzt auch schon kurz vor Feierabend. Es war heute wieder ein sehr, sehr schöner Tag. Wir hatten viele liebe Besucher. Der Kuh ist auch schon fast weg. Nur noch so ein paar dröge, trockene Inger sind da, die wahrscheinlich keiner mag. Wer will die schon? Ja, und es ist einfach schön heute gewesen. Wir hatten heute so viel Spaß. Es waren so viele liebe Menschen da. Wir hatten von München bis Kiel, die sind auch noch Kunden jetzt aus Belgien extra hierher gekommen, die einfach so ein bisschen Spaß haben wollen mit den Tieren. So ein bisschen kommunizieren und interagieren wollen. Ja, gehen wir doch einfach mal rein. Kommt doch mal mit. Wir haben ja auch viele Nymphes, die sind hier. Kea, mach keinen Mist. Ja, Kea, mach keinen Mist. Du darfst gerne mitkommen, aber keinen Mist machen. Wir haben auch neben den Großpapageien auch viele Lymphen, die sind hier, viele Wellen, die sind sicher. Ich muss immer mal nach unten gucken, irritiert euch nicht. Weil Kea macht hier so viel Mist. Naja, und die sind jetzt so ein bisschen relaxed. Die holen sich jetzt noch ein Leckerchen aus der Hand, aber ich glaube, die sind mittlerweile so satt. Da passiert euch noch viel. Ja, alles gut. Meine kleine Maul, du wirst spielen, ne? Du wirst spielen. Du wirst spielen, ja? Und meine Maul, ja? Also, Thea hat überhaupt keinen Schluss. Die ist immer in Aktion. Wenn alle anderen schon kaputt in der Ecke liegen, die Thea hier immer noch auf dem Tisch machen. Chaos. Ja? Nein, das Kabel lassen wir da nicht. 11, das brauchen wir noch. Ja? Und dann kommt das schon. Ja, wir müssen. Guck mal da oben, der Kaka, du, der Tücher. Das ist herrlich. Ich möchte einfach nur schön sein. Thea, kein Mist machen. Hi, Schatzi. Das ist meine kleine Augen. Oder unsere Sonne wird sich ja ört. Na, wo wollen wir jetzt hin? Schneifen? Willst du schneifen? Ja? Da haben wir im Moment eine ganze Gruppe rosa Kaka, du. Ich hab mich alles richtig schick gemacht, ja? Ich hab den Pferdeschwanz echt gut gebunden. Meine Haare sollten nicht aussehen. Ich wollte nicht immer so abgerockt aussehen, ja? Egal, ne? Ja. Guck mal da oben, die rosa Kaka, du ist. Das ist gefährlich, die schniesen gerade miteinander. Und daneben sitzt der entspannten Wellen-Gutich. Und sagt sich, lass sie doch machen. Ich bin schuldig. Das ist das nicht gut. Wir haben hier eine ganze Gruppe rosa Kaka, du ist im Moment drin. Unser Palm-Kaka, du sagst dann, ist auch das jetzt. Na? Nein, das Kabel wird nicht angeknurrt. Nein? Nein? Na ja. Also die meisten chillen jetzt schon. Aber der eine oder andere sitzt auch schon mal auf der Schulter und sagt sich, okay. Ja, und wenn euch das Video gefallen, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Wenn ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Ja? Bis bald, eure Heike. Ja? Vielen Dank.